Ja, was Besseres als das Nordmann-Shirt wäre ich gerade nicht tragen können. Einsatzbereit, Gebiet sichern! Befehl, verstanden! Okay, das ist sehr viel Gegnerzeug gerade. Wir werden angegriffen. Gebt das Zeichen. Einsatzbereit. Das ist ein Hinterhalt. Bleibt standhaft. Okay. Wir werden angegriffen. Feind, Kontakt! Wir sind bereit. Ihr habt gehofft. Auf eilenden Schwingen. Auf eilenden Schwingen. Folgt mir. Dann wird jetzt hier mal kurz ein Display gespeichert. Schnell! Und los! Noch ist Mittag. Noch brauchen wir uns vor den Notzieren nicht in Acht zu nehmen. Nur vor den Mistkerlen hier. Wir sind bereit. Ihr habt gerufen. Auf eilenden Schwingen. Mein Greif wurde verletzt. Der Greif wartet schon. Oh, du meine Güte. Mein Greif wurde verletzt. Bereit. Folgt mir. Sofort. Schnell! Und los! Zur Ehre Aonius. Sie haben es auf uns abgesehen. Das ist ein Hinterhalt. Bleibt standhaft. Das ist ein Hinterhalt. Erwarte euer Kommando. Verstärkt die Verteidigung. Rohnenkrieger zu mir. Bereit für den Kaffee. Sie schlagen zu. Der Greif wartet schon. Verstärkt die Verteidigung. Sie werden angegriffen. Bleibt standhaft. Hier. Bleibt standhaft. Geht das, meine Männer. Verstärkt die Verteidigung. Bereit für den Kaffee. Auge offen halten. Sie schlagen zu. Dann halten Männer. Bleibt standhaft. Linien müssen halten. Ihr habt gerufen. Sie schlagen zu. Erwarte euer Kommando. Gebiet sichern. Hinterhalt. Hierin schütze uns. Linien müssen halten. Verstärkt die Verteidigung. Also, nee. Ich lade nochmal. Und wir tun uns doch besser vorbereiten. Ihr habt gerufen. Eilenden schwingen. Ich bräuchte nämlich noch mindestens fünf von denen hier und fünf von denen hier. Oder ich packe ein paar Speer obendrauf. Erwarte euer Kommando. Okay, ja, da kommt schon der nächste Trollangriff auch. Also, ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Nahkämpfer und ich werde wahrscheinlich ein paar Speer. Dann halten Männer. Vorsicht, Gegner. Gott sei Dank sind Menschen-Einheiten nicht so teuer wie Dunkle-Hilfen-Einheiten. Vorsicht, Gegner. Die Linien müssen halten. Die Linien müssen halten. Auch wenn Männer. Oh, langsam wird sie wieder voll. Oh, dann wird sie wieder voll. Oh, dann wird sie wieder voll. кровnen Krieger zu mir. Dann halten Männer. Bleibt standhaft! Dann halten Männer. Vorsicht, Gegner. Stand halten, Männer Hierin schütze uns Bleibt standhaft Wir sind bereit Sind auf Feinde gestoßen Okay, was ist gestorben? Ein Kleriker, gut, den können wir ja ersetzen Der Greif wartet schon Schenke uns günstigen Wind So, Speer Gebt das Zeichen Jawohl So, ich hoffe, dass all meine Speer bald kommen Damit ich Jetzt zum Gegenschlag ausholen kann Weil sie haben jetzt ihre Ein Großteil ihrer Armee schon verausgabt Jawohl Bereit für den Kampf Wir werden angegriffen Stand halten, Männer Vorsicht, Gegner Erwarte euer Kommando Gebiet sicher Sind auf Feinde gestoßen Gebt das Zeichen Alles klar Erwarte Befehle Wohnenkrieger zu mir Ihr habt gerufen Auf eilenden Schwingen Das ist ein Hinterhalt Wir sind bereit Sind bereits in der Luft Ihr habt gerufen Hierin Schenke uns günstigen Wind Ist da wieder so ein blöder Hexer dabei? Nein, diesmal nicht Ich weiß es nur Kleinvieh So wie es aussieht Ihr habt gerufen Auf eilenden Schwingen Der Greif wartet schon Sie haben es auf uns abgesehen Einsatz bereit Sind auf Feinde gestoßen Wir sind bereit Erwarte Befehle Ihr habt gerufen Auf eilenden Schwingen Ja, vorwärts Sofort Schnell Für die Rune Hierin schütze uns Mein Greif wurde verletzt Sie haben es auf uns abgesehen Sie haben es auf uns abgesehen Vorsicht Sie sind hier Okay, da kommt schon wieder eine Melle Der Greif wurde gestoßen Ja Ein Greif wurde verletzt Noch halb so schlimm wie die gesamte Tülle am Meer Sie schlagen zu Vorsicht Sie sind hier Wir sind bereit Vorsicht Sie sind hier Sie werden angegriffen Oh, Lucians Bleibt standhaft Erwarte Befehle Ihr habt gerufen Schwingen Feindkontakt Hier Oh ja, das werden schon wieder viele Trolle Erwarte euer Kommando Sie schlagen zu Oh, kommt der Hex Und er Bleibt standhaft Jawohl Ihr habt gerufen Eilenden Schwingen Schnell Sofort Schnell Auf meinen Befehl Okay Schnell Für die Freiheit Sie haben es auf uns abgesehen Vorsicht Sie sind hier Sie müssen halten Feindkontakt Das ist ein Hinterhalt Vorsicht Sie sind hier Sie schlagen zu Wir sind bereit Vorsicht Sie sind hier Vorsicht Gegner Dann halten Männer Wer stärkt die Verteidigung Linien müssen halten Wer stärkt die Verteidigung Sie werden angegriffen Mein Gräf wurde verletzt Schnell Sie haben es auf uns abgesehen So ... ... ... ... E